Wie wird die Demo aussehen? Wir werden einfach quer durch die Innenstadt ziehen, durch Münsters Innenstadt ziehen und wir werden hoffentlich sehr laut und bunt, wir haben sehr viele Plakate dabei, Fahnen, Banner... ...und werden dann durch das LWL Museum ziehen, das ist so ein bisschen eine besondere Route Das LWL Museum zeigt ja derzeit noch die Homosexualitäten Ausstellung und hat uns eingeladen eben mit der Demo dann durch das Gebäude zu ziehen Mein Name ist Javid, ich bin von Azerbeidjan, ein politischer Asylum-Seeker, die Queer Refugee sind in Münster CSD weil wir eine Kampagne haben, die die Queer Refugee für die Präde nennen. Die Idee ist, dass unsere Situation in Deutschland sein, unsere Problemen zu sein. Wir wollen auch selbst sein, um unsere Situation zu unterstützen, um unsere Situation zu unterstützen. Die meisten der LGBT-Refugee sind noch vorhanden, Haarassungen oder Diskriminierung in den sozialen Campen, in den Flüchtlingskampen oder in den Heims. Deswegen sind wir heute hier und wir sind stolz dafür, dass wir hier sehen. Und natürlich nennen wir alle LGBT-Refugee, dass wir hier sehen werden, dass wir hier sehen werden. Es gibt keine Art und Weise, dass wir hier in einem selben Land haben. Wir sollten uns selbst stehen und unsere Rechte zu unterstützen. Ja, was ist das Ziel? Ja, eine vollständige Gleichstellung, würde ich sagen. Also auf jeden Fall im rechtlichen Bereich. Da gibt es ja noch einiges nachzuholen und nachzubessern. Es geht allgemein um sexuelle Identitäten, geschlechtliche Vielfalt, Gleichberechtigung und Akzeptanz. Unser Ziel ist irgendwann, dass die Frage der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität gar keine Rolle mehr spielt. Deswegen möchten wir auch für Sichtbarkeit sorgen und das hoffentlich schaffen wir auch mit diesem Fest heute hier im Rathaus Innenhof. Herzlich Willkommen zu unserem Ständefest. Jetzt informiert euch, redet mit den Menschen. Vor allem möchte ich noch hinweisen auf unseren Programmschwerpunkt später zu Queer Refugees. Bitte hört euch das an. Dies sind wirklich Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Wir können auch viel von ihnen lernen. Gitarrenklabor, stelle ich das an. Euren Gutten. Gitarrenklabor, stelle ich. Hör auf die Idee. Gitarrenklabor. Gitarrenklabor, stelle ich mal an. Das ist nicht. Homeless, where your heart should be 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 Only the way your heart should be Woooo! Woooo!